Das hier ist das Shure MV7 und das hier sind die best investierten 21 Euro, die du machen kannst, wenn du das Shure MV7 hast. Denn das ist ein Popfilter vom Shure SM7B und der schafft es, dass die Plosive des Shure MV7 sich nicht mehr so poppig anhören. Das sind die Popplosive vom Popfilter vom Shure MV7. Und das sind die Pop-Plosive vom Pop-Filter vom Shure SM7B. Und das sind die Pop-Plosive vom Pop-Filter vom Shure SM7B. Du kannst sogar in das Mikrofon reinpusten und es passiert einfach nichts. Das liegt einfach daran, dass diese beiden in der Länge anders sind und dieses hier viel, viel länger ist, so dass das kurze Knubbel hier vom Mikrofon hier bis ungefähr hier reingeht und bei dem langen bist du nur ungefähr hier. Und du hast hier dann viel, viel Luft und Raum, dass eben die Pop-Filter hier nicht durch die Schaumstoffe durchdringen können und dann bis zur Mikrofonkapsel gelangen. Ich bin total begeistert. Also das ist wirklich die besten 21 Euro, die ich jemals investiert habe in ein Mikrofon. Egal. Also ich habe mir schon überlegt, wie ich die Plosive aus diesem Mikrofon rausbekomme. Und du siehst das häufiger bei YouTubern, die das benutzen, dass sie seitlich in das Mikrofon sprechen. Das ist auch nicht verkehrt, aber wenn du eben doch vorwärts in das Mikrofon sprechen möchtest, dann ist es doch sehr sinnvoll, dieses komische Verhüterli in Anführungszeichen gegen das vom Shure SM7B zu tauschen. Ein kleiner Beieffekt, der dadurch entsteht, das Shure MV7 sieht dann sogar fast aus wie das Shure SM7B. Dieser klobige Charakter des Mikrofons kommt dadurch einfach weg und du hast eben dieses typische Design des legendären Shure SM7B auch auf deinem USB-Mikrofon. Das Mikrofon sieht jetzt auch wesentlich besser aus und ja gut, man könnte jetzt meinen, das Mikrofon ist nicht unbedingt fürs Aussehen gedacht, aber in Podcasts oder Videos kann es ja vielleicht noch relevant sein. Wichtiger, viel, viel wichtiger ist, dass das Problem mit, das große Problem des Shure MV7 dadurch absolut sich in Luft aufgelöst hat und du jetzt auch ganz normal hier ganz nah ans Mikrofon reingehen kannst und wie ein Radiomoderator hier deine Popplosive und Popgeräusche absolut nicht im Mikrofon aufnimmst. Ja und falls du jetzt wissen möchtest, wo du das Ding bekommst, das kannst du natürlich einzeln kaufen. Den Link packe ich dir in die Beschreibung des Videos und ja, es kostet halt nur 21 Euro. Das ist das Ding, 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 das